Ja, schönen Gruß hier aus dem Norden von Köln. Hier geht mal wieder die Welt unter. Unsere... jetzt lockt der Lichter in den Regen rein. Unsere Pfeilrohre schaffen es gar nicht mehr. Es ist einfach unfassbar, was hier gerade am Regenmassen runterkommt. Ja, haltet mal das Satellitenbild im Auge, damit ihr seht, was auf euch zukommt. Ich hoffe, dass es schnell durch ist. Die Windgeschwindigkeit ist ganz schön hoch, muss man sagen. Wir mussten so mal Krise einfahren und alles. Und oben die Fenster zu machen, was einfach köpflig ist. Also, passt auf euch auf. Schaut euch mal da das Pfeilrohr an. Jetzt läuft der arme Michel nach hier. Einmal rüber. Junge, 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 Junge. Ja, da stand der Dinge hier. Und das kommt gleich. Das kam, glaube ich, aus dem Osten. Wenn ich es richtig im Kopf habe, im Südosten. Ich poste jetzt gleich das Satellitenbild dazu. Ich befürchte, wir können ein paar Boxen missten, weil das Wasser nicht so schnell wegfließt, wie es aktuell steigt. Das ist schon krass. Also, Jenshoff steht jetzt, man sieht das gar nicht hier oben im Kamerabild, richtig? Das ist einfach krass. Im Saarland wird es trocken, das ist super. Den Regen könnt ihr den Rest von Deutschland mal schicken, damit ihr endlich mal Ruhe habt. Ja, sowas hier. Eine Stunde lang. Dann ist alles zu spät, glaube ich. In dem Sinne passt auf euch auf. Ich mag jetzt die Geoengineering. Ja, genau. Da sind eh die Flugzeuge geflogen. Und Mann, 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 was für ein Müll immer. Das ist ja nichts Ungewöhnliches in dem Sinne. Ich meine, ich kenne sowas aus meiner Kindheit und haben immer Probleme mit dem Wasser gehabt, wenn es mehr als 30 Liter regnet. Und das ist zum Teil schon im Griff gekommen, wie zum Beispiel die Unterführung unter der A57 Richtung Dormagen. Die stand immer unter Wasser. Da hat man jetzt eine Regole nebenan gebaut. Das funktioniert hervorragend. Man muss sich einfach drum einstellen. Naja, also, macht's gut. Bis später. Tschüss.